Der Job als Lkw-Fahrer ist manchmal recht riskant. Wenn ich entlade, dann muss ich die ganze Seitenwand herunterlassen. Die Rungen sind eine große Hilfe, damit geht es ganz einfach und reibungslos. Sie sind ganz leicht, man kann sie ganz einfach entfernen oder aber mit der Bordwand versenken. Das gibt Sicherheit und ein gutes Gefühl, weil man mit den modernsten Technologien arbeitet und sollten die Last von innen gegen die Rungen stoßen, so ist eine Öffnung nicht möglich. Das beruhigt gemein. Der Job als Lkw-Fahrer ist sehr abwechslungsreich und das macht ihn für mich attraktiv. Das ist das Beste an diesem Job und das hat mich überzeugt. Das ist das Beste an diesem Job.